Was ist im Islam im Islam? Und einen Tag vor dem Opferfest haben wir ja Arafat, das ist der Haupttag, der Hatsch. Wenn man den verpasst hat, dann hat man leider auch keine Hatsch vollzogen. Und das ist für alle, die an diesem Tag auf dieser Ebene sich befinden, die liegt außerhalb von Mekka, ein ganz starker Moment. Ich selber habe ihn auch schon erleben dürfen und obwohl man von so vielen Menschen umgeben ist, hat man doch einen Moment oder auch vielleicht zwei oder drei Stunden, so wie die Physis und die Psyche auch so stark ist sozusagen, hat man nur den Fokus auf sich und beschäftigt sich mit dem eigenen Leben. Was habe ich gemacht? Was lief irgendwie gut? Was möchte ich vielleicht besser machen? Und ja, kommt also Gott irgendwie ganz nahe in dem Moment. Und für mich ist aber ganz persönlich das Eid-Gebet, also das Festgebet, eine sehr wichtige Größe an diesem Tag auf jeden Fall. Also morgens sich schon auf den Weg zu machen. Natürlich ist das bei mir mit einem gewissen Amt auch verbunden, weil ich die Vorsitzende bin vom Deutschen Muslimischen Zentrum. Das heißt, ich muss auch immer alle begrüßen und für alle auch da sein, ansprechbar sein. Aber es ist auch etwas Schönes, sich in den Dienst von anderen auch zu stellen, indem man die Dinge vorbereitet, die Gebetsteppiche auslegt, das Buffet schon zurecht rückt, ja, für das Essen danach. Und ja, mit den Menschen zusammenzukommen, die ich vielleicht nur ein, zwei Mal im Jahr sehe, aber genau zu diesem Tag und mitkriege, wie geht's dem, was machen die. Und ja, mich einfach nochmal zu vergewissern, dass das schon richtig ist, wie ich so mache und wie ich lebe. Aber wie gesagt, eigentlich diese neun bis zehn Tage davor stärken das auch nochmal bis zum Opferfest hin. Also mich nochmal genauer damit zu beschäftigen, warum bin ich jetzt überhaupt Muslimin, warum möchte ich muslimisch leben, habe ich irgendwie meine Aufgaben richtig erfüllt oder mache ich das nur so alles lapidar dahin und mich einfach in meinem individuellen Gebet auch an Gott, an Abba zu wenden. Und das ist mir auf jeden Fall eine sehr wichtige Sache. Also schön finde ich, dass es doch gerade jetzt von den christlichen Kirchen auch immer Glückwünsche gibt oder unser Kultursenator beglückwünscht auch oder Bürgermeister, also dass sozusagen von dieser Seite auch Glückwünsche kommen. Also man ist in deren Bewusstsein, auch wenn es vielleicht nur im Kalender steht, aber es macht auch was mit einem. Man selber erinnert sich auch, ja, ich kann auch Glückwünsche aussenden. Und ein Faktor, der glaube ich sehr wichtig ist für eine Gesellschaft, ist der Konsum. Also manchmal werden auf Facebook Bilder gepostet, dass zum Beispiel irgendeine Supermarktkette Schilder ausgestellt hat. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Ramadan oder herzlichen Glückwunsch. Also Opferfest fällt meistens nicht so auf, weil der Ramadan durch diese vier Wochen so präsenter ist, im Bewusstsein teilweise. Und ja, so Opferfest, okay, das passiert, aber das ist noch nicht so stark verankert in der Sicht sozusagen der Bevölkerung. Aber ich glaube, wenn sehr viel stärker über die Anbieter von Konsumgütern gehen oder es werden irgendwelche Werbungen geschaltet, ganz speziell, dann wird sich sowas eher noch einprägen und dann weiß man auch, okay, da passiert was. Was ich schade finde, ist manchmal in den Schulen, dass von den Lehrern, das muss nicht groß aufgebaut werden, aber zumindest sagen, ach, ihr hattet gestern ein schönes Fest, hoffe ich, schön, dass ihr wieder da seid oder so. Also, dass auch irgendwie eine gegenseitige Wertschätzung stattfindet. Und das müssen wir alle ein bisschen üben. Aber ich glaube, dass sich das auf jeden Fall lohnt. So wie ich auch überlege, welcher jüdische Feiertag steht jetzt an und wen kann ich von meinen Freundschaften auch beglückwünschen oder anschreiben, finde ich, das steigert so den Wert der Freundschaften auch. Und es verbindet auf jeden Fall. Ich glaube, es ist so eine unbequeme Geschichte auch. Und auch wenn man sagt, das ist unser Stammvater oder auf den gründen wir uns und das ist total super, glaube ich, dass es immer noch auch vielleicht so Ungereimtheiten gibt oder Fragezeichen. Wie ist denn das jetzt wirklich zu verstehen? Können wir das eine so stehen lassen aus der jüdischen Perspektive, christlichen Perspektive oder muslimischen Perspektive? Und wo gucken wir vielleicht nach der Essenz, die in Abraham oder Ibrahim steckt und gerade der besonderen Geschichte der Opferung des Sohnes? Also das, glaube ich, kann noch viel mehr verbinden und auch die Freude hervorbringen, gerade dieses Fest zu praktizieren und ins Leben zu rufen, wenn man es interreligiös, also die drei Religionen sozusagen betrachtet. Das wäre eigentlich sehr spannend, denn ich glaube, alles andere haben wir schon vielleicht sehr gut ausdiskutiert, von den Schriften und so weiter, aber was brauchen wir für das Hier und Jetzt, was uns durch solche Geschichten, die in der Tora, im Evangelium oder im Koran stehen, verbinden. Also was ist sozusagen das, was wir mitnehmen können und wo wir sagen, ja, es gibt Unbequemes, aber es gibt auch sehr viel, was uns sozusagen zusammenbringt oder uns mehr Möglichkeiten eröffnet, um auch Zukunft zu gestalten. Also was ist sozusagen das, was wir mitnehmen können, Und jetzt, was wir mitnehmen können,